Die Definition von Wahnsinn Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Ein Hacker, ein Dieb. Millionenweite Information an der Fingerspitze. Entweder verbrennst du hier bei lebendigem Leib oder du hast nie existiert. Manchmal ist es schwer, sich an das einfache Leben zu erinnern. Ihr fragt mich, verheißt dieser Käpt'n euch ein Leben voller Beute, Raub und Abenteuer? Aber dieser Mann ist ein verschlagener Hund. Er nährt sich von Tod und Terror. Ich war der Beste an meinem Job. Und jetzt zieh mich an. Ich spüre Rach. Verwäste Schrauben? Das Leben, das ich kannte, ist verdammt. Industrie-Spionage. Korrupte Bullen. Große Explosionen an. Er kämpft wie ein Teufel in Gestalt eines Menschen. Und... Wenn du nicht mann's genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Du wolltest nicht, dass ich kämpfe. Also mache ich das allein. Jetzt werde ich mich rächen. Ich habe das Ende des Weges erreicht. Ich habe's gesehen. Das Ende. Das ist irre. Ich möchte das nicht vergessen. Darum trat ich doch der Bruderschaft weit. Auslachen. Wieder gut machen. Nicht dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Die Zeit ist gekommen. Die Luft ruht still. Die Luft ruhe współprール. Über den Ralie zu billen. Das ist passiert. Die Luft ruhe. In der Tür. Die Luft ruhe. Die Luft ruhe. Und ich, ich bin hier. Hab ich dir schon mal gesagt, dass Wahnsinn ist.